Was ist der FC Bayern? Wir sind ja hier schon wie so eine kleine Familie. Das FC Bayern-Trikot, das wiegt ein paar Kilo mehr. Weil die Legenden immer noch bei dir auf der Schulter sitzen. Riesenrespekt vor eurer Leistung. Aber ich bin auch irgendwann mal, ja, ich würde sagen, am Ende. Hallo, ich bin der Joshua Kimmich. Als Kind, da konnte ich noch nicht ganz so gut mit der Emotion umgehen. Und dann sind bei ihm halt immer schnell die Tränen ausgebrochen. Ich war 16 Jahre alt. Ich habe meinen Vater verloren. Und das war eine der schwierigsten Zeiten in meinem Leben. Mein Vater schaut auf mich von oben, bevor ich auf den Platz gehe. Wir schauen mal, Schuko, wie er da sitzt und denken, das ist gleich hier eine Poolparty. Wenn der FC Bayern einmal die Meisterschaft nicht gewinnt, dann sind wir gleich in der Krise. Ja, wir werden den neuen Trainer treffen. Herzlichen Glückwunsch. Danke. 23 Hansel, wirklich. Welcome to my life. Sie ist Mama, große Schwester, sie ist echt die Beste. Oh, Bühne, Junge. Ja, hab ich auch. Diese Mannschaft will es. Der jetzt soll die schlagen. Ich habe kein Spieler erlebt, der es geschafft hat, so nervig zu sein wie der Thomas Müller. Schreibt der Verkäufer. Scheiße, jetzt habe ich die Pointe vergessen. Ich glaube, dass man den FC Bayern im Herzen trägt. Also Clouds. Schiff, Schiff 4-J55-50. Schiff, 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 Schiff. Schiff, Schiff, Schiff. Yeah, Herr Kraut.